Hey Leute, in unserem heutigen Video werdet ihr einige der besten Kettensägen auf dem Markt sehen. Wir haben sie nach ihrer Qualität, Kapazität, Preis und Benutzerzufriedenheit kombiniert. Weitere Informationen findet ihr in der Beschreibung unten. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren oder auf das Glockensymbol unten zu klicken, um als erster über unsere Videos informiert zu werden. Auf Platz 3 haben wir GreenCode GS6. Vorgestellt wird die GreenCode GS610X Benzinkettensäge, ein leistungsstarkes und zuverlässiges Werkzeug für professionelle Schneidleistung. Mit seinem robusten 61,2 cm³ 3,6 PS2-Taktmotor liefert diese Benzinkettensäge eine unvergleichliche Leistung und Effizienz, was sie ideal für eine Vielzahl von Schneidaufgaben, vom Fällen von Bäumen bis zum Trimmen von Ästen, macht. Mit einem 20 Zoll Messer und einer Schnittlänge von 50,8 cm bietet der GS610X eine großzügige Schneidleistung, mit der Sie selbst die härtesten Aufgaben mit Leichtigkeit bewältigen können. Egal, ob Sie im Garten oder im Wald arbeiten, diese Kettensäge ist für die Aufgabe gerüstet und bietet jedes Mal präzise und effiziente Schneidleistung. Auf Platz 2 haben wir die Bosch Akku-Kettensäge. Vorgestellt wird die Bosch Akku-Kettensäge Universal Chain 18, die ultimative Lösung für mühelose Schneidaufgaben rund um Ihr Zuhause und Ihren Garten. Angetrieben vom innovativen 18-Volt-System von Bosch bietet diese akkubetriebene Kettensäge die Bequemlichkeit des Batteriebetriebs, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Mit ihrem kompakten und leichten Design lässt sich die Universal Chain 18 leicht manövrieren und eignet sich ideal für eine Vielzahl von Schneidanwendungen, vom Zurückschneiden von Ästen bis zum Trimmen von Büschen. Mit einer Klingenlänge von 200 mm bietet diese Kettensäge präzises und effizientes Schneiden, sodass Sie mühelos professionelle Ergebnisse erzielen können. Auf Platz 1 haben wir die Mini-Kettensäge. Vorgestellt wird die Mini-Kettensäge mit Akku von V-Tag, Ihr ultimativer Begleiter für müheloses Holzschneiden, Zurückschneiden und Baumtrimmen. Diese kompakte, aber leistungsstarke Kettensäge ist darauf ausgelegt, maximale Bequemlichkeit und Effizienz zu bieten und es Ihnen zu ermöglichen, verschiedene Schneidprojekte mühelos zu bewältigen. Mit einer Größe von nur 6 Zoll bietet diese batteriebetriebene Kettensäge außergewöhnliche Portabilität und Manövrierfähigkeit, was Sie perfekt für den Einsatz in engen Räumen oder beim Trimmen über Kopf macht. Egal, ob Sie im Garten, im Garten oder bei Heimwerkerprojekten arbeiten, die V-Tag Mini-Kettensäge bietet zuverlässige Leistung ohne den lästigen Aufwand von Kabeln oder Kraftstoff.